das war so eine Runde Battlefront zusammen mit in 6 zu also wir haben ja ich habe insgesamt 6 er rechten gar nicht er war in der Auszeit jetzt geht's los was ist das noch mal kann wer fehlt jetzt schon wieder der Abwehr Lass Lohr und Lohr und an Landwehr wie das was ich vermute das war sie vermute ein paar gute mit der ich dachte ich bin jetzt mit Tobias und und Lennart auch so viel jahrelang ich möchte Prozent Prozent und ja okay also da ja und er wird zusammen ziemlich gut von daher wird das ist ein drittel der Gäste bei mir und weil sie einfach nur noch die blauen Striche durch eine Lärmse drüben da sind jetzt wieder 300 Dings da oben der 2 eingestellt heute mal wieder auf der März Prozent bis zu Bescheid Kamino genau das war die Anrufe der Kronen ja ich weiß das war das Länger ich hab leider gesichtet mit der das mit lange Tobias nur alt war genau Tobias wirklich was jetzt wieder gut wie es bleibt es weiter klar ja sein Prozent er hat weiß ja wo Tobias weiter das so wie er ist jetzt links über dir eine Weiße er hat ein Kind vor die da oben ja da war es auch dabei gerade als Kette die Brücke langweilig kommt zu dir lassen das ist aber ein Karte freundlich eigentlich ist der Brücke steht ich schiebt euch noch um Schicksal aber ich habe nicht gesehen auch das gibt auch als erler er gut hat jetzt nicht oder die jetzt ist es nicht ich habe gesagt nicht einmal getroffen der Bestandschau und diesen Balken für die Treffen bei der Tat gefallt ist da jetzt gibt es in der Art Gp das der Konkurrenz hoch das ist der Daniel und jetzt eine Kanate aus Schaden sie sind alle weggegangen Alter wie viele sind denn hier Krass wenn wir oben auf die Minimap kommt ganz reile steht da auf einmal länger vor mir Leute ich hab den gekriegt einer weil einfach mal rein ja das ist richtig krass bei uns hier auch er hat er die Jahre alle hinter dir sagt es doch ja ich habe euch beide gekriegt als er der Weintraut doch gesagt ich habe so eins gesagt hinter euch und ihr habt sich gut gedreht auch in der Hälfte weil ich sage euch noch ich würde heute die jahre ich dich um darauf achten wir mit deinem eis die weihe klar kommt schweb doch mal ein stimmende ihn braucht nicht für mich das ja alles zu viel die ganzen maschinen tötet weil es ja wird noch nicht er ist und das bleibt ja schon wieder wettend Tobias das war zwar nicht das beste zielen aber du bist ja auch gut das kräftige dort selbst als die kind bezeichnet ja ich habe keine Mutten zuhören Daniel geh du da lieber bis es da liegt ein Deadpack das ist meins hey alter voll gut alter voll da war doch gar kein einziger Klo ja damit das da nicht rum hey das ist doch perfekt da ey du bist so ein Penner ehrlich denk doch mal nach bevor du weg ja die gehen da aber nie hoch ja doch wenn du warten weil ich hab zwei Kids gekriegt ich überlege ich gerade wo du bist immer gestreift hat da kannst du sagen überleben es hat doch immer gleich ein Ort ja dann meine ich kurz mal auf gar rumstehen und wieder bewegen hui 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 guck hui 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 Hu Huth cat Jörg Die Night Tut vor Februar den h Zeugen Cro ich Fall Schw sch созд Da liegt ein Red Pack, ne? Geh der weg, lass die pushen. Ich hab gar nicht explodieren gedrückt. Warte mal, du hast doch ein Reparatur-Ding, ne? Ja. Mach mal den Muni-Droiden vorne. So. Wieder ganz. Den Muni-Droiden vorne. Hier der. Was ist denn Muni-Droide? Ach egal, ist schon okay. Ja Tobias, lass es raus. Leute, man kann keine Headshots bei Kronen verteilen. Ich überleg grad was. Warte, wieviel dreht's hab ich? Ach 17. Was macht ihr da? Ich hätt grad nur Lust drauf. Tut mir leid, kommt nicht wieder vor, aber es war lustig. Boah Leon, hast den Schuss? Hat Tim überhaupt mitbekommen? Sehr einfach nur als auch richtig. Und damit. Hauptsache Tipp bekommt ihr, Tim überhaupt überhaupt nicht mit der Typ Kille. Boah, Alter, ich bin voll. Ja, ich höre auch auf damit, ich wollte das nur mal noch machen. Ihr habt doch gesagt, wir sind da am gewissen. Und jetzt nur Rich am Fernseher. Beam Rifle. Oh, Lennart. Oh, ich brauch scheiß Kanaten. Na, wacht, ich mach mal Kunsttechniker, ne? Komm schon. Nein, Schatz-Volika. Was? Oh, scheiß Liegestuhl, Alter. Das war ich. Daniel, wo bist du? Wow, das ist so spannend, im Schulz-Rocke. Daniel, komm her. Komm her. Komm her. Dem muss schon sagen, auf deinem Bildschirm geht der spannendst ab. Ich sag, komm her, dann soll's doch her. Der steht rum und bewegt seine Maus. Komm her. Lass. Komm her. Hammer. Kann ich da runterschubsen? Auf? Komm schon, SS. ich hab dich nicht gekriegt Leute ich hab auch so leid dass wir nicht getroffen werden ja das war übel du hast mich überhaupt nicht getroffen nein wie viel Leben hast du noch ja wie viel hast du noch hab ich überhaupt getroffen hab ich dich überhaupt getroffen äh einmal so Mist sehr schön ok ja und die Brüden stehen hier ah ne da steht immer noch nicht ja überleg mir grad ob ich das hinterher cutte glaub ich vielleicht gar keine begrüßung und sowas mache das überlege ich mir gerade ich will gar keine begrüßung machen trotzdem hatten ja aber alle 15 Minuten und dann heißt doch kein Headshot oh ich habe mich voll da reingerannt ich bin ja jetzt weiß was geiles Uuuu schaffst du den schaffst du den ja schön Tobias du bist du helden Noll Tobias ist verschwunden das geht gar nicht aus so bist du hingelaufen ich habe dich du warst hier oben schneidern jetzt bist du weg Leon hast du hier du hast doch so ein Fusion körper ne ja ja das war hier in der Mitte von den Scheißen jetzt mal her es gibt nur die Träger ich weiß was die Mödie heißt ich hab jetzt schon wie viel Geld habe ich kann ich gerade nachgucken dann bräuchte ich immer ein bisschen Deckung ja mach ich hab jetzt was ich gehe jetzt ist immer ein Erwerbsteckung bis zu hier das wieder geht als ich also als Maul das war so wie er geht als ich da ist das nicht aus und sagt auch noch mehr und nicht sterben also das 2 7 auch bei Kommandoposten an wenn ich welche sehe auf dich zu gelaufen die Rotzeiten ja ja nachladen Fick ich Julia ja ich will es abwarten oder ja sagst du doch einfach mal ja genau ja mach ich auch mach du nicht natürlich nicht Nö natürlich nicht sag ich doch so rein Deckung wir und jetzt sind komm schon komm schon leer und ich bin hinter dir mann jetzt geht es endlich ich stelle schon seit 30 Sekunden hinter dir ja was er nicht vorher abgedrückt ich hab die ganze Zeit abgedrückt, ich hab dir aber nicht getroffen gerade gelaufen ich weiß Junge dein Leid und du bist gerollt das ist minimal Leon du kriegst du mit einem Schuss BAM Schuss in die Fresse gehauen Alter Leon das war nicht sicher, ich kann auf dir, was machst du da? Ach komm, so war das da Tim geht auch ordentlich ab, also dafür das er irgendwie nix sagt ja der, 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 klingt hier aus ne der rennt hier rum und klingt um dich Tim denkst du du bleibst unbemerkt da oben? Tim sagt nicht, ne ist dir klar er ist oben bei uns an der Hütte dran vorbeigelaufen ich hab grad mit einem schuss 2 getötet hat sie eben auch mit einer schotten mit damit das einfach ich hab ich nicht auch hast jetzt gerade 5.000 geht's gemacht oder fünf weniger als ich was gerade üben warum wollte ich das nachschaue auch genau schießt auch ich hasse dich nötig so schnell wo ich und als er die nieder auf alles ein kommt gleich das vollgetroffen der auf aber ich war die europa geschossen er pro der kanz ach sie ist doch die jahre das nervt einfach von der sich angeschlichen nein ich muss so plattform werden kommt er von der seite so wenn das normalerweise macht er über die Brücke ist man eigentlich ja ich will war halt nicht so dumm um auf die Brücke zu gehen Kommunikation dann wäre das das hättest du gesagt da komm schon wie geht es ab jetzt 47 st da war ich so noch nicht da war es ja du weißt nicht wie knapp ich vorm ab also entweder Tim steht die ganze Zeit rum und trinkt Eistee oder er geht vor vielen Leuten das war um was zu kalt Tim was machst du ja und du musst mir immer Deckung geben probierst das ist eine Waffe hier wir haben ja überhaupt verloren ne alter du scheiß Auto dritt ja stimmt ey warte doch mal hey Leute ich kann keine Headshots Klon verteilen ah die erste gießt ich glaube ich kann mal ein bisschen ich bring da mal ein Wörtchen mit ich bring da mal ein Wörtchen mit ich bring da mal ein Wörtchen mit junger Leon wenn man draufschießt kann ich auch hoch gehen ich würde da weg gehen entweder nach vorne oder nach hinten Daniel schade ach schade jetzt kannst du jetzt kannst du bumsen ja wir haben noch was gewonnen oh die nehmen ein die nehmen ein Leon das einnehmen ist doch jetzt auch total egal aber ihr habt noch 28 wei was truppen auf schießen ach du allein steht ich weiß allein ich habe es voll allein hat gewartet ach da vorne boah alter du die Kassen so scheiße wenn du was machst du da Tobias das 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 nicht da doch wo ist der Penner was ach da kommt der Herr auch schon alter was alter wie ich im Fall was zum Teufel Alter ich habe fast 100 Kilometer verloren fast 100 Kicks das will ich gleich sehen aber ich wollte gerade fast dem Klima ihr seid so schlecht hier ne ich möchte euch mal gleich meine Praktik verraten kannst du auch jetzt schon machen die Armee verloren ja wuuh jetzt will ich wissen wie viele Kicks ihr habt ey Julian alter soll ich mal sagen wie ich soll ich mal sagen warum wir gewonnen haben Julian warum ich habe die ganze Zeit zwei Kommandoposten eingenommen die ganze Zeit mit dem Raketenwehr von der Blaster geschossen ich hatte Blaster eingeschossen ich hatte Blaster eingeschossen also bin die Normale vom Loll äh Tobias kannst du das Fenster aufmachen so das war so diese Folge super äh nein was habe ich äh Star Wars Metal von 2 wenn es euch gefallen hat genau so